moin leute willkommen im neuen video petri heil angeln ist geil ruten raus der spaß beginnt fisch ist aber ein kleiner ganz kleiner barsch oder ja ganz kleiner hänger gelöst was ist das denn für ein stock was ist das denn 1 2 3 4 5 köder dran ja nicht schlecht haben wir die ruhe mal wieder ein bisschen sauber gemacht so leute ich zeige euch mal die ausbeute von dem hänger gerade da haben wir einmal ein spinner dann haben wir einmal wenn ich mich nicht täuschen butscher noch ein spinner und einen schönen wobbler so einen guten hänger habe ich noch nie gehabt und noch die ruhr gesäubert wahnsinn so